jo freunde und damit ein herzliches willkommen zu einer neuen mod review hier auf meinem kanal baustellen mods heute geht es um eine mod die findet ihr unter anhänger und gerätschaften beziehungsweise werkzeuge und ganz oben links befindet sich diese nämlich fs-creation so hier haben wir insgesamt ja sehr sehr große kanalrohre die wir unter anderem für baustellen und sonstiges nutzen können das ganze schaut dann so aus ich glaube verbinden kann man die nicht aber probieren es einfach mal aus indem wir uns einfach alle hier kaufen so sehen die letztendlich aus ist gar nicht also funktionen haben sie jetzt nicht unbedingt sind aber zumindest in der log fehlerfrei das ist schon mal ein sehr sehr guter ansatz oder ansonsten ich denke mal man kann sie auch aufladen also gut wenn ihr jetzt den mod starker bauer drin habt könnt ihr die natürlich auch um tragen ganz klar sie rollen auch irgendwann leicht weg guck mal mit der kollision wie das aussieht die kollision ist eigentlich gut nochmal hier an ok sie doch ganz ok aus also wie gesagt könnt ihr hauptsächlich er als deko elemente nutzen oder wenn ihr jetzt beispielsweise sagt okay hey ich möchte jetzt hier ein rohr anschließen dann könnt ihr das auch gerne machen gerade etwas verwundert bleibt nicht liegen naja auf jeden fall ist es einfach nur so eine mod sag ich mal wo ihr dann letztendlich ein bisschen deko habt für eure baustelle je nachdem multiplayer ready ist es auf jeden fall weil das ist halt das schöne ist es kein platzierbares objekt was auch fest steht oder so weil zum beispiel hier diese diese schilder die ich in einem der letzten videos vorgestellt habe die habe ich jetzt auch im multiplayer ausprobiert warum funktionieren sie dort weil ich sie kaufen kann und nicht platzieren muss sondern sie werden dann automatisch hier gespawnt und dann kann ich sie aufladen und dementsprechend dann auch im multiplayer nutzen gut freunde kommen wir zur bewertung ja freunde also es ist einfach nur dekoration da jetzt diese rohre auch nicht verbunden werden können würde ich einfach mal sagen machen wir mal drei von fünf stern weil sie haben halt keine funktion und einfach groß sind schwer sie liegen im weg und man kann sie halt auch ehrlich gesagt nicht transportieren außer man hat jetzt halt die mod starker bauern dann geht das aber so ein bisschen useless aber mehr so deko gut freunde das war es dann mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr über eine bewertung freuen dann sehen wir uns auch schon im nächsten video wieder macht es gut bis dahin und euchèmes euer benny das war es dann mit euch allerdings ganz oben das war es dann mit euchVPN bis dann mit euch Sleeping wir essen mit informieren das war es dann tipo this61- OderiSafar abonnation euer Benni